Hey ihr Lieben, hier ist es Vanessa und Max. Und jetzt noch ein kleines Sixpack-Workout. Und dann fahrt ihr wieder in Matten. Ungefähr acht Minuten. Gucken wir mal, wie lange wir durchhalten. Auf geht's, Rückenlage. Vanessa und ich haben ja vorher schon den einen Po-Workout gemacht. Natürlich auch vorher noch mal reinschieben und einen Crunch machen. Hoch. Tie. Hoch. Tie. Hoch. Tie. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Halt hin. Kurze. Schön langsam zum Aufbauen. Ausatmen hoch, einatmen tief. Ist ja noch leicht. Dann noch ein Schweiß. Wir gehen wieder tief. Nehmen die komplette Bewegung mit. Hoch. Wieder tief. Hoch. Wieder tief. Hoch. Wieder tief. Hoch. Tief. Doppelstand. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich merke schon gar nicht. Langsam aber achtmal noch. Acht. Sieben. 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 Ausatmen hoch. Einatmen tief. Hände zur Seite, Oberkörper, 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 Oberkörper. Und, nicht schnappen. Oben halten. Und dann gehen wir hier, wenn ich dann rechts eintreten, lieber links eintreten. Versuch zur Richtung fährt. Eins, zwei, drei, vier. Was ist denn los, Vanessa? Ist ganz schön schön. Ganz schön schön. Rennen wir schön den Bauch. Ja. Elfte vom ersten, ich habe es auch schon geschafft. Doktor des Tempo. Eins, zwei, drei, vier. Ja, kurz ausbauen wie Vanessa, ja, macht kurz zwischendurch Pause, aber sonst durchziehen. Guck mal, Vanessa, Pause bis Ende. Ja. Kannst du nicht mehr? Na komm, gleich was Einfaches. Ich kann natürlich, ich kann es noch. So. Lücke, halten. Beine ab. Beine hoch. Beine ab, Beine hoch. Wir können den Oberkörper absetzen. Hier nur in den Beinen. Beine tief, Beine hoch. Beine tief, Beine hoch. Beine hoch. Wochen halten. Oberkörper hoch. Rechte Beine ab. Rechte Beine rein. Liege Beine ab. Versucht schön, euer Unterrücken in den Boden einzudrücken. Da gibt eigentlich kein Kontakt. Vielen. Rechte Beine. Rechte, drück, links. Theoretisch, Oberkörper oben lassen. Wer Pause braucht, bleibt wie Vanessa unten. Auch anstrengend. Locker, Crouch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Steigen wir uns wieder die Musik. Kurze Oben. Eins. Zwei. Eins. Zehn. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Kurz tief. Wieder hoch. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jetzt ein bisschen wieder hoch. Ja. Wieder tief. Wieder hoch. Ab. Ab. Quatsch. Hoch. Quatsch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. 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 Und jetzt kommt nicht genau wie viel Spaß zuhause, wie ihr überlöstet habt. Ja. Ohne halten. Und gucke das. Erste Lied geschafft. Start. Ihr könnt gerne kurz die Beine lang fangen. Arme lang fangen. Und losatmen. Dann zieht ihr die Beine lang fangen. Und dann kommen wir zur Runde Nummer zwei. Hände wieder nach hinten. Und jetzt geht die doch? Ja. Hände wieder nach hinten. Letzte vier Minuten. Wir quatschen. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Jetzt kommt ein lockeres Lied. So schnell wie das davor. Noch mal so entspannter machen. Weil das auch heute schon. Hoch. Halt. Halt. Tief. Hoch. Halt. Legt deinen Kopf nur schützen mit euren Händen. Nichts hochziehen. Wenn ihr euch nochmal durch die Haube fahren müsst. Jetzt spannt euch nochmal ein bisschen mehr. Tief. Und jetzt quatsch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Halt. 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 Eine tauschen. Tief. Halt. Wieder um. Quatsch. Quatsch. Wieder kommst ihr den Bewegten. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch, halten. Etage höher. Etage höher. Etage höher. Locker. Knie auf die rechte Seite fallen lassen. Dann quatschen hoch, quatschen tief, quatschen hoch, quatschen tief. Probier trotzdem gerade schön hoch zu fallen. Lass ihr hier schön die Seite halten. Wie geht's noch mal besser? Ja. Super. Oben halten. Höher. Und die erste Seite wechseln. Die andere Seite, quatschen tief, quatschen tief, quatschen tief. Zwei Stück noch. Einen oben halten. Und locken lassen. Beine lang. Und dann quatschen wir hier, quatschen tief, quatschen tief, quatschen tief, quatschen tief. Ausatmen hoch. Einatmen tief. Einatmen tief. Denkst du, wie der Bauch schon ist? Ja. Also ganz gut, hinten. Oben halten. Arme hoch Ober und Oberblechung, Vanessa Wegziehen wir so hoch, hoch, hoch und drehen wir uns in Bauchlage letzte ja, fast halbe Minute und noch mit auf links so okay Vanessa ist lieblings wie du gehört schon wir können natürlich die Knie hier unten lassen so wie Vanessa, wenn die Füße hochzieht dann steht durchhalten wir haben noch 8 Sekunden hoch und locker lassen könnt ihr euch gerne kurz da hinsetzen auf die Fersen und dann lassen wir ihn locker und nach oben und dann wünschen wir euch schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Morgen macht's gut, tschüss